Diagnose Krebs, der Albtraum. Diagnose Krebs ist zweifellos eine der gefürchtesten Diagnosen, die ein Mensch im Leben bekommen kann. Während es viele Formen von Krebs gibt und ihre jeweilige Prognose von einer Vielzahl von Faktoren abhängt, wie zum Beispiel dem Patienten, dem Stadium des Krebses und den verfügbaren Behandlungsmöglichkeiten, ist für die Menschen, bei denen diese Krankheit festgestellt wurde, das Wort Krebs noch immer ein erschreckendes Wort. Menschen aller Altersgruppen können zu denjenigen gehören, bei denen über 100 verschiedene Krebsarten diagnostiziert werden. Aber wenn wir über Krebs sprechen, vor allem wenn wir über Behandlungen oder Heilung sprechen, ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass Krebs nicht nur eine Krankheit ist. Irrsinnigerweise handelt es sich bei Krebs um ein Problem dessen Lösung eine denkbar einfache wäre. Denn genauso wie im Falle von Arthrose, Arthritis, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und viele andere ist auch die Erkrankung Krebs nichts anderes als eine metabolische Erkrankung, zu deutsch. Eine Stoffwechselerkrankung. Jeder sollte wissen, dass der Krieg gegen den Krebs größtenteils ein Betrug ist. Das sagt, Prof. Dr. Pauling, zweifacher Nobelpreisträger und Begründer der automolekularen Medizin. Sollten Sie selbst oder aber ein Ihnen nahestehender Mensch an Krebs erkrankt sein, oder aber Sie lediglich sicher Krebs vorbeugen wollen, besuchen Sie jetzt unsere Webseite.